hey und herzlich willkommen zur letzten folge von pokémon purpur dem main game weil ich mir sehr sicher bin es wird früher oder später noch ein dlc kommen jedenfalls die letzte folge unseres haupt playthroughs ist die zeit ist gekommen der letzte tag ist irgendwie ein bisschen ich will nicht sagen eigenartig ist es nicht wirklich eigenartig aber es ist schon es ist schon ein schönes gefühl eigentlich endlich das spiel zu ende zu bringen mit dem letzten zug den wir hier vollenden werden und zwar werden wir jetzt am großen schulturnier teilnehmen was uns ja jetzt schon lange genug auf den notizzetteln geschrieben steht schön dich zu sehen shankuro na was hältst du von der eingangshalle gefällt es dir von so vielen büchern umgeben zu sein ist ganz nett stehen interessanten dinge drin das freut mich es war meine idee das design bei der renovierung vor ein paar jahren so umgestalten zu lassen aber kommen wir zum punkt schildere mir doch bitte deine eindrücke von den arenaleitern wobei hier kann ja jeder alles mithören gehen wir lieber irgendwo hin wo wir ungestört reden können hast du eine idee wohin wo dann wir jetzt in meinem zimmer hätte ich jetzt gesagt okay wir sind auch in meinem zimmer war schon immer so grün das ist wenn es mal hier in der akademie dann ist das quasi der ort an den du zum champ herangreift bist ich war ja vielleicht zweimal ich würde jetzt nicht ganz ich würde jetzt nicht sagen dass es so eine so eine große bereicherung für mein leben war dieses zimmer obwohl du lebst ja gar nicht so lange in der akademie vielleicht sollte ich bald mit einem älterenhaus einen besuch abstatten aber zurück zum eigentlichen thema mich würde interessieren welche eindrücke die arenaleiter bei dir hinterlassen haben wer hat sich deiner meinung nach im kampf am wenigsten gefordert oh weißt du wie lange das inzwischen für mich her ist es ist für mich jetzt gute eine gute woche her dass ich gegen die arenaleiter gematcht habe er hat mich am wenigsten gefordert wo er keine ahnung wäre ich versuche mich gerade ein bisschen zu erinnern ich muss wirklich gerade ehrlich gestehen ich habe keine ahnung mehr deswegen gehe ich einfach mal von meiner allerersten kampf gegen die jeweiligen arenaleiter aus und da würde ich sagen am wenigsten gefordert mich von allen definitiv grusche grusche ok wer hat bei dir den bleibendsten eindruck geteilt einig mara und wer hat sich im kampf als die härteste nuss erwiesen also weder ich habe ja das rematch nicht mehr erinnern aber so sucht von sich aus am schwierigsten ich glaube das war okay für mich okay zu guter letzt auch die wichtigste frage von allen welchen nach einer leiter magst du am meisten ich glaube diese antwort ist relativ offensichtlich ja einig mara so das werden auch schon alle fragen vielen dank deine eindrücke waren höchst interessant sie werden mir bei meiner planung gewiss von großer hilfe sein bitte nimm als zeichen meiner dankbarkeit diesjahr an der kingstein yeah spannend dank deiner hilfe ist weiterminplan nun nicht mehr zu überladen es spricht also nichts gegen meine teilnahme an dem turnier über das wir im büro des direktors gesprochen haben jammer mila wird sich uns bestimmt darüber er wird sich darüber bestimmt auch freuen so dann verabschiede ich mich fürs erste du bist ziemlich sicher erschöpft lass es für den rest des tages erstmal ruhig angehen hey ich habe jetzt meine liebe geoutet du kannst jetzt einfach rausgehen und in die welt posaunen weißt du was du möchtest ich schlafe ich werde schlafen ich weiß nicht ob ich jemals in diesem bett geschlafen habe ich glaube ein einziges mal eine woche später dank des unermüdlichen einsatzes von der mila und der unterstützung durch die pokémon liga war es endlich zeit für die lang ersehnten beginn des pokémon kampfturniers na dann ach ja wir haben das letzte turnier wir haben das turnier letztendlich so genannt damit jeder sofort weiß worum es geht pepper hatte noch ultimative schulschlags vorgeschlagen dann hat direkter clayfield das auch noch so gut gefallen womit ich mich allerdings nicht womit ich mich allerdings rum ärgern muss aber sag mal wie sieht es bei dir aus fühlst du dich bereit für die herausforderung ja ich bin das war das ein das war die einzig richtige antwort ich will sehen was du als champ so alles drauf hast ich kann immer noch nicht glauben dass der top champ auch noch mitmacht das ist echter hammer leider werde ich nicht aktiv teilnehmen können ich habe hinter den kundissen mit der organisation des turniers aller hände voll zu tun das ist schade dafür kann ich aber sein können ganz objektiv als zuschauerin analysieren und bewerten dann kannst du auch teilnehmen wenn du zusehen kannst der treffpunkt ist übrigens bei dem empfang im eingangsbereich werde verspätest dich so also ich habe von diesem turnier schon gehört dass es so stattfindet dass man dieses turnier macht ein zufälliger das halt zufällige trainer dann ein gegner sind das nicht festgeschrieben ist außer beim ersten mal also beim first beim ersten mal soll das tatsächlich festgeschriebene sache sein gegen wenig anträte weswegen sie sich wahrscheinlich auch nicht abgemeldet hat damit wir schon mal hervormale rein wissen dass sie nicht diejenige ist die mit ausgewählt wird aber ich habe keine ahnung wer die personen sind die gegen uns antreten deswegen wird das glaube ich relativ interessant für uns okay gehen wir in die eingangshalle okie dokie muss ich zu dem jungen mann hier da bist du ja endlich um am großen akademie turnier teilnehmen zu können musst du dich und er bei dem turnierhelfer hier anmelden wären sie so gut meinen freund die turnierregeln zu erklären selbstverständlich zu aller erster ist gewissen dass beim großen akademie turnier lehrer und schüler gleichermaßen teilnehmen dürfen sämtliche teilnehmer werden einander nach dem zufallsprinzip Entschuldigen sie bitte ist mein erster tag zugeteilt und nur die sieger der einzelnen kämpfe verbleiben im wettbewerb die matchpaare werden per losziehung durch die turnierleitung festgelegt bis man sich auf den kampfplatz auge in auge gegenüber steht weiß also niemand mit wem er es zu tun bekommt Wer als sieger aus dem kampf hervorgeht den erwarten schon die nächsten kräfte messen für den verlierer hingegen endet das turnier bereits nach einer einzigen Niederlage mit anderen worten wer kampf um kampf gewinnt und bis zuletzt übrig bleibt ist der in ist der oder die allerstärkste der akademie vielen dank für die erklärung Die regeln habe ich zusammen mit direktor clavel festgelegt bei der aktuellen teilnehmerzahl sollten etwa vier sieger ausreichend das turnier zu gewinnen Denk daran dass auch lehrer teilnehmen die haben es echt drauf also sieh dich vor Ich bin auf jeden fall gespannt gegen die lehrer anzutreten und wie du machst sie nicht fertig dann darf ich dich besiegen Sprich einfach mit mir wenn du so weit bist naja ich denke doch ich bin so weit Ja und sie ziemlich bereit aus warum hat smithy kein item das ist nicht das ist nicht das ist nicht so wie es sein soll Ich habe auch vergessen was für ein item ich dir gegeben habe also das ist eine gute voraussetzung Muskeln muss gewandt vielleicht ich glaub das muss gewandt gewesen sein muss gewandt klingt zumindest nach etwas was ich jetzt sofort ihm geben würde Schreckt eventuell zurück Das ist auch nicht schlecht aber naja nee nee wir lassen das mal so wie wir es haben Okay dann würde ich sagen dann nehmen wir am großen akademietulier teil Melde mich an Du bist kuro du hast den champang inge korrekt inge 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 hat damit nichts zu tun Und so deine anmeldung ist hier mit abgeschlossen begib dich nun bitte zum austagungsort Es ist der schulhof wie bei es ist ziemlich allem was wir hier vollführen Oder ist es wenigstens der kampfplatz unten in messer londercity ich gehe davon aus werden auf den schulhof kämpfen wie immer Es ist messer londercity damit habe ich nicht gekriegt okay Damit sollten wir vollzählig sei nicht wahr sehr schön da kann es ja losgehen Einigen wird die freudige nachricht gewiss schon zu ohren gekommen sein Unsere traum akademie hat erneut einen schüler hervorgebracht hat den champrang erreicht hat Dabei handelt es sich um niemals anderen als im kuro Ein hoch auf den champ Also es ist für uns ein anlass der größten freund dass er diese phänomenale leistung während seiner zeit hier an unserer akademie vollbracht hat unsere schülersprecherin emila hat eigens dieses turnier organisiert um ihrem freund unseren neuen champ gebühren zu feiern Der wettkampf soll jedoch nicht nur mit der neuen Sei doch nicht nur dem neuen champ eine möglichkeit bieten sein können unter beweis zu stellen Auch all jene aus der schülerschaft die ihre stärke für gewöhnlich nicht zur schau stellen werden ermutigt diese gelegenheit zu nutzen Und natürlich ist das talent der mitglieder auch des kollegiums nicht zu verachten doch Doch ehe ich zu sehr abschweife erkläre ich wird das große akademie turnier auch die schul Auch die ultimative schulschach genannt für eröffnet ich glaube nicht dass die offiziersweise zum übrigen selber hätte ich ab und an husten muss Ich bin offizier noch in der phase wo ich eine fette influenza habe als eine schöne fette krippe Und ich habe mich jetzt nur halbwegs davon erholt um endlich die letzte folge aufnehmen zu können Also hoffe ich dass wir das jetzt ja relativ schnell mal endlich hinter uns bringen können Kommen wir zum ersten kampf wem wird das los zusammenführen champ kuro gegen pepper aus der 2g ok ok pepper Das ist ja ja in welchen runde 1 soll ich gegen den champ ran Du bist sicher überrascht dass ich auch mitmache oder Ich wirklich bist ein schüler Was wer hat es damit gerechnet dass ich hier teilnehmen werde ich bin echt ein laufender Das buch werde ich wie kein wunder dass ihr beste freunde sind so weit würde ich nicht gehen in zone 0 ist mir bewusst geworden dass ich mich noch Deutlich steigern muss aber also habe ich mit was die führer und meinem team ein extrem hartes training absolviert Denn falls ihr jemals wieder brenzlig wird möchte ich seite an seite und auf augenhöhe mit ihr kämpfen können Aus diesem grund will ich heute auch gewinnen mir egal ob durch glück oder können Vor dir steht der neue pepper und der pet und der pfeffer dir jetzt erst mal ein paar neue schärfe gerade in dein küchenregal Wohl bekommst das ist ein wunderbarer catch weißt das hättest du behalten Na dann Okay Und schlau raffeln ja okay dann dein übliches team Ich will dir auf augenhöhe begegnen du bekommst mir eine ganze stärke zu schmecken Gut wir machen eine vernünftige donnawelle Das ist nichts was schief laufen könnte So das ist was das könnte so was von schief laufen Oh mein gott und wir stehen und wir stehen Und wisst ihr was Das ist grund genug für mich dieses pokémon auszuschalten Er hat Bären verloren als ich ihn getroffen habe das ist so super Okay Saltigans Das ist was für Enrico Wir müssen uns alle zugucken Machen wir kurz den prozess mit diesen pokémon Okay und blumentrick Und zack Wunderbar Ach ja Unser Team ist richtig richtig fabelhaft Ralupenio ist der nächste Gegner Ähm Was haben wir gegen Ralupenio mal eingesetzt Ich erinnere mich nicht mehr Setplight scheint mir eine ziemlich gute Idee gewesen zu sein Ich müsste mein Team jetzt mal wieder angucken Bis jetzt mal dass ich es gesehen habe ist eine ganze Weile her Die letzte Folge die ich geschnitten habe Ist eine Folge in der die Hälfte des Teams noch nicht Teil des Teams ist Okay Matchbombe Wunderbar Ähm Tantera Ähm Gegen Tantera setze ich Skarapis ein Das müsste ja Gift sein, wenn mich nicht alles täuscht Ich glaub Giftpflanze war's Ich finde es auch sehr schön, dass einfach alles seine Pokémon irgendein Essensthema haben Das ist sehr cool Das Scharaffel, weil es sehr dick ist und Bären mit sich rumschleppt Das Pokémon, was ja als Pilz sehr appetitlich sein soll, wie es im Pokédex steht Ähm Was hat er gerade gehabt? Ich hab's vergessen Salty, ganz Salz Das ist eine relativ offensichtliche Situation Er steht sogar noch, ich kann's nicht glauben Jungs, Skarapis ist fast Level 80 Okay Was kommt als nächstes für ein appetitliches Pokémon? Austoss Das ist eine Muschel Muscheln werden gegessen Mehr brauche ich nicht als Grund Äh Jetzt müssen wir doch mal Kinky Nehmen wir mal Kinky Wir machen einen Nahkampf und äh Dann ist es, glaub ich, mir relativ genehm Guten Tag Die Musik haut mich nicht um Muss ich gestehen Das ist ein bisschen das Für ein großes Schulkampfturnier Äh, von dem Track, die wir bis jetzt hören konnten Ist das eine verdammt enttäuschende Sache gerade Das finde ich wirklich ein bisschen schade Aber, äh, jetzt müssen wir jetzt damit leben Schaffen wir auch noch Vielleicht ist das Finale mit einer besseren Musik bestückt Oder mit der Originalmusik des jeweiligen Trainers Das wäre natürlich vom Vorteil Stellt euch vor, wir bekommen, äh, Cosima Das ist eine Sache Für die ich definitiv gerne zu haben wäre Okay Mastifioso Das ist das letzte für Smithy Und dann, äh, haben wir auch schon, äh, Pepper erledigt Du willst es ja nicht anders Jetzt tische ich dir ein gewaltiges Portion Meines Siegeswillens auf Mach mal Ne, jetzt regnet's Ich glaub nicht, dass da ein Pokémon dafür verantwortlich ist Aber ich weiß, dass da Knudler dafür verantwortlich sein wird Dass dein Pokémon relativ schnell ins Gras beißen wird Wir haben vielleicht erst eine lange Reise hinter uns genommen Damit dieses Pokémon wieder gesund wird Aber bitte seid ihr sehr sicher Ich werde es genau dahin zurückboxen, wo es vorher war Okay Smithy Knuddel dieses Ding zu Ende In der ultimativen Schulschlacht werden wir heller leuchten als alle anderen, Mastifioso Die ultimative Schulschlacht, das ist super Okay Ich liebe dieses Unlicht-Symbol Es ist von allen irgendwie das coolste Ich weiß nicht warum Ah, ich find's super Okay So viel dazu Ich glaub, wir sind hart überlevelt Für diesen Kampf Aber naja Wäre besser gewesen, wenn die alles auf Level 50 zurücksetzen würden oder so Ich bin stolz, jemand so cooles und starkes wie dich meinen Freund nennen zu dürfen Das ist halt echt keine Herausforderung gerade Ich würde mir echt wünschen, wenn ihr das irgendwie auf Level 40, 50, 60 rum beschränken würdet Hurra, so macht man das Was für ein fantastischer Kampf und das ist erst Runde 1 Wow, als Champ kämpfst du echt in einer anderen Liga Ich muss mal ganz kurz, äh, mir was zu trinken einschütten Ich hab das Gefühl, dann ist mein Hals etwas angenehmer für mich, weil ich müsste schon wieder husten Die Niederlage zieht mich zwar runter, aber es war mir eine Ehre Es könnte wohl nicht schaden, wenn ich die Arenen ebenfalls mal abklappern würde Aber fasse den Nigmara nicht an Leg dich im nächsten Kampf bitte besonders ins Zeug Auch für mich, verstanden? Mach ich, mein coolster Ich werde weiterhin meine sehr effektiven Attacken einsetzen, als wäre es das letzte, was ich tun würde Champ Kuro gegen Senior Jim, der Biologie-Lehrer Hallo Kuro Puh, dass du einfach mal so während der Schatzsuche zum Champ aufgestiegen bist Da fehlen mir glatt die Worte Jetzt behabe ich gleich zwei Schüler in meiner Klasse, die den Champ-Rang innehaben Bilde dir bitte nichts drauf ein Um ehrlich zu sein, stehe ich schon ein wenig unter Druck Schließlich will ein Lehrer gegen seine Schüler nicht den Kürzeren ziehen Nun denn, sollen wir anfangen Ich tricke mir selbst mal die Daumen, dass ich gut abschneide Na jetzt bin ich mal gespannt Akademie-Lehrer Jim freut dich aus Okay Daddy Jimmy will kämpfen Das finde ich sehr angenehm Entspann dich, sei ganz du selbst und dann zeig mir, was du gelernt hast Das ist die praktische Abschlussprüfung Ich hoffe nicht Okay Na, da sind wir doch gut bestückt Oh oh Okay, kein, kein Die Verteidigung von Mellow ist so lächerlich gut Es ist, äh Es ist schon fast erbärmlich Dynamo, okay, davon werden wir jetzt nicht profitieren Aber die Aquawelle dürfte vielleicht schon reichen Ja Geschwächter, äh Spezial, äh Geschwächte Spezialverteidigung seitens Akani noch War eine relativ gute Sache Pampros, da möchte ich jetzt nicht so drin bleiben Da fühle ich die Anwesenheit von Enrico doch definitiv ein bisschen mehr Okay, Enrico Jippie, jay Okay Das wird, glaube ich, wie eine relativ schnelle Situation Wir sind zehn Level über den Pokémon, möchte ich anmerken Und auch Pampros ist kein Pokémon, was angestehen wird Und wunderbar Mantidea, okay Mantidea ist ein nettes Pokémon Gegen, was ich kämpfe Ich weiß auch gut, dass wir Ein relativ gut ausgeglichenes Team haben Obwohl wir eigentlich Typen haben Die, äh Nicht so üblich sind, sag ich mal Und ein Pokémon haben, was eigentlich nur ein Monotyp ist Aber, wir kommen gut voran Matschbombe Und, das war's auch mit Antidea Lamus Lamus, nee, Lamus Lamus, nee Och, Lamus 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 ist kein sonderlich interessantes Pokémon, muss ich gestehen Ich war noch nie ein großer Lamus-Fan Ähm, lange Zeit Also wirklich, wirklich lange Zeit Dachte ich, dass Lamus sich in Lasho King entwickelt Bis ins Jahr 2013 Wo Lamus eine Mega-Entwicklung bekommen hat Und, äh, spätestens, dass mir das Respekt war Mir bewusst war, dass es sich doch nicht in Lasho King entwickelt Okay, Schluck weg Hm, gegen Schluck weg Setzen wir Skarapis ein Und Raus mit dir Hey, ho Möchten Sie meine Psychokinese spüren Ich glaube, er spürt meine Psychokinese richtig Und Farigiraf Weißt du was? Es kam ab, ist Web drin Hui, dein Team ist vielleicht stark Hast du besondere Trainingsmethoden oder so? Köh, köh, köh Wunderbärchen Ich habe vergessen, meine einzusetzen Aber ich glaube, das wird kein großes Problem sein Ich glaube, er könnte es auch so relativ schnell schaffen Da greift er zuerst an Und macht ja fast schon Schaden Und das war fachigiraf Ja Das war Gegner 2 Hui, das hast du aber gut gemacht Wenn ich jetzt nicht aufhören zu husten, raste ich aus Und der Sieger des zweiten Kampfes ist Champ Kuro Wow, ein Satz mit X Das war wohl nix Hast du echt drauf Kuro Bei einem selbstsicheren Auftreten Wolltest du sicher einen besseren Lehrer abgeben Als ich Nae Senior Jim Oh je, ist der Direktor wütend? Ich glaube, jetzt kriege ich Ärger. Wie auch immer. Jetzt gibt es den nächsten Kampf mit alles. Was ist los? Kommt das echt Ärger für die Aussage? Oder weil er verloren hat oder was? Für unsere vier verbleibenden Teilnehmer wird es nun Zeit für Runde 3. Champ Kuro gegen Senora Amura. Oh nein. Tag, Neuzugang. Das Großakademy-Turnier. Oder besser gesagt, die Ultima-Difa-Schulschlacht. Hier wird per Kampf entschieden, wer das stärkste Mitglied unserer Akademie ist. Schon bei den bloßen Gedanken daran juckt es mich in den Fingern. Das ist die ideale Bühne, um mein gesamtes Können unter Beweis zu stellen. Du bist erst der Grund, weshalb wir heute dieses Turnier veranstalten. Dafür danke ich dir lieber Neuzugang. Wobei, vielleicht hätte ich dich ab jetzt nur noch den Champ Kuro nennen. Als Lehrerin finde ich es nämlich, es ist meine Pflicht, meinen Schülern den Weg zum Erfolg zu weisen. Aber andererseits darf ich als Kampflehrerin auf gar keinen Fall gegen einen Schüler verlieren. Wie stehe ich denn sonst da? Drum sei mir nicht böse, wenn ich dich im Kampf nicht mit Samthandschuhen anfasse. Mach aus, wie du dich hältst. Du wirst eh verlieren, und zwar haust du hoch. Legios ist deine erste Wahl, okay. Komm mal ein bisschen runter da hinten. Das ist erstmal, das macht mich körre. Ja, das wird ein fairer Kampf. Ich wünsche dir viel Erfolg. Das wird kein fairer Kampf, das ist ein verdammt unfairer Kampf für dich. Ähm, was mich immer noch sehr ärgert, weil ich 10 Level über dir bin. Und spätestens für den Kampf hätte man zumindest eine Levelkurve erinnern können. Oder ein festgeschriebenes Level. Aber naja, ich will nicht derjenige sein. Ähm, wenn du darauf bestehst, machen wir dich fertig. Und wenn jetzt noch einer dieses Pokémon mit Nahkampf angreift, werde ich richtig böse. Tauros, okay. Was für ein Tauros? Das ist eine berechtigte Frage, die ich stellen muss. Ich glaube, aber die sind alle Typ Kampf. Also werden wir einfach zu Skarabist wechseln. Und da jetzt bestimmt auch diesen ganzen Kampf hier ziemlich easy carry'n wird. Weil wahrscheinlich alles, was sie einsetzt, wird im Typ Kampf sein wird. Aha. Das Feuer Tauros, okay. Das ist eine Wahl. Das ist die einzige Wahl, die problematisch sein könnte. Aber höchstwahrscheinlich nicht wird. Rasender Stier. Mutter Maria, da macht der mal Schaden. Okay. Stirb. Das kam unerwartet. Das kam wirklich unerwartet. Und Level 80. Ressladero. Okay, ich möchte doch nicht unbedingt mit Skarabist drinne bleiben. Wem wieder ein Pokémon-Steller ist, dann ist Skarabist nämlich Geschichte. Und nochmal, Alter, mal Blitz. Ey, 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 ey. Hört auf, ihr Schaden zuzufügen. Was erlaubt ihr euch? Okay. Ein weiteres Tauros. Ich glaube, das wird das Wasser-Tauros sein mit Sicherheit. Also werden wir zu Enrico gehen. Hier hätte auch immer drinbleiben können, aber. Naja, so sehen wir mal andere Pokémon. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Was er Tauros, hallo, hallo. Äh, nochmal Blumentrick. Und nieder. Sehr gut. Wunderbar. Meditalis. Aha, weil da kann Enrico drinbleiben. Das ist eine gute Wahl. Das müsste ein letztes sein, oder? Zumindest war das ein Signatur-Pokémon. Ist aber nicht ein letztes scheinbar. Okay. Ich habe verfehlt. Ich glaube, ich spinne. Mutter Maria, Jesus Christus im Himmel. Was zum Himmel? Okay, das war ein Volltreffer. Sonst hätte es mich hoffentlich nicht besiegt. Das ist meinem Pokémon gefallen. Ich kann es nicht glauben. Okay. Ähm. Das war jetzt aber noch eine relativ ungünstige Situation. Denn so viele andere Pokémon außer das Missile können jetzt nicht mehr so viel ausrichten. Also würde ich mich sehr freuen, wenn Knudler jetzt einfach one-hitten würde. Wie so ziemlich alles in diesem Kampf. Okay. Was ist dein letztes Pokémon? Hariyama ist dein letztes Pokémon. Okay. Ähm. Makinis gab es. Ja, wir bleiben jetzt die Missi drin. Gute Arbeit. Damit hast du meinen Kampfgeist. Oh Gott. Das ist doch nicht mehr möglich. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage, glaube ich, nicht mehr husten müssen. Kaum nehme ich wieder was auf und muss mehr reden, muss ich wieder husten. Halte ich halt nicht für unfrech. Wer im Hier und Jetzt gewinnen will, muss ein geistiges Gesicht übertreffen. Kann man einen Sandwich-Wertbewerb machen? Den verlierst du. Oh yeah. Guckt die euch an. Man nennt die nicht ohne Grund. Giga-Chat. Knudler. Wunderbar. Ende. Und Amura ist besiegt. Und hoffentlich bleibt sie jetzt endlich stehen. Danke. Bei Kämpfen gegen dich wird einem klar, warum das Wort Kunst in Kampfkunst steckt. Okay. Und der Sieger des dritten Kampfes ist Kuro. Diese Niederlage schmerzt besonders, sondern gibt es auch nichts zu beschönigen. Doch ich gehe ja nicht mit leeren Händen nach Hause zurück. Ganz im Gegenteil. Ich habe unglaublich viel dazugelernt. Es ist überraschend, vielleicht das zu hören. Aber auch für uns Erwachsene gibt es täglich Neues zu lernen. Sonst würden wir euch Kindern wohl kaum damit in den Ohren liegen, dass ihr euch hinter eure Bücher klemmen sollt. Nicht wahr? Vielen Dank für den tollen Kampf. Habt den Sieg fest im Blick und gebt alles. Toi, toi, toi. Ich glaube, ich habe das noch nie ausgeschrieben gesehen. Großes Finale. Jetzt bin ich gespannt. Ne, Mila steht da. Seht ihr, Mila da hinten rechts stehen? Sehr organisatorische Arbeiten, die sie gerade macht. Sehr organisatorische Arbeiten. Mal sehen, welche der beiden Kontrahenten um den großen Sieg kämpfen werden. Cem Kuro gegen... Moment. Bevor ich es versauere. Oh, wer hat das erwartet? Unseren Ehrengasse, die sie tuniert. Hopp, Cem Sagaria. Schön, dich zu sehen, Cem Kuro. Ich dachte mir schon, dass wir uns im Finale gegenüberstehen würden. Wir beide haben so viel Zeit damit verbracht, an unseren Können zu feilen. Das hier im Finale im Kampf zur Schau zu stellen und das Publikum mitzureißen. Tja, das kommt meiner Idealen Welt erstaunlich nah. Als Präsidentin der Pokémon-Liga sowie als Vorstandsvorsitzende dieser Akademie könnte ich gerade nicht zufriedener sein. Wenn wir uns gegenseitig zum Höchstleistungen treiben, dann können wir eine noch größere Synergie erreichen. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns das Publikum durch ein bares Kampfspektakel inspirieren. Sprüge mir jetzt die dazu an, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Ich habe das Gefühl, es tut mir leid, Miss Topchamp, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht genauso one-hitten werde wie jeden anderen hier auch. Okay, Psy, Optara. Ja, die Musik ist, was ist das? Du und ich gemeinsam werden mir den anderen den Weg weisen. Hm. Sicher. Doch mal Blitz. Was für eine Attacke. Okay. Singt stark. Das ist nicht nett. Artig mal schon alle. Da, es ist... Es ist fordernd. Es ist ein forderndes Turnier. Okay, Arctilas ist deine nächste Wahl. Da möchte ich nicht gegen antreten, weil ich weiß, es wird Erdbeben einsetzen. Deswegen werden wir Seppleit nehmen, Juwelenkraft einsetzen, Arctilas to one-hitten und aufs nächste Pokémon warten. Wie immer. Yippie-Ka-Yay. Und Juwelenkraft. Und runter mit dir. Und er ist tot. Agiluza. Der gute Agiluza. Der gute, gute Agiluza wird gegen meinen Enrico nicht viel ausrichten können. Ich meine. Ich glaube, gegen absolut keines meiner Pokémon wird Agiluza was ausrichten können. Aber erst recht nicht. Gegen Enrico. Habe ich recht? Guck mich nicht so an. Denn ich muss mit Abschlag dafür sorgen, dass du schnell ins Gras beißen wirst. Was? Der überlebt? Okay, das ist ein Twist, den ich nicht erwartet habe. Aber ein weiterer Abschlag wird dann doch dein Ende sein. Was hast du als nächstes auf Lager? Schäfrum. Okay. Waghalsiges Pokémon. Mit dem waghalsigen Pokémon. Ich habe doch, ich habe Käfer gebrummen. Ich wollte gerade sagen, ich habe nichts gegen Pflanze, aber... Doch, ich habe Käfer gebrummen. Ich habe nur keine Feuerattacke. Das ist natürlich absolut korrekt. Und auch keine Flugattacke, soweit ich weiß. Das ist auch absolut korrekt. Aber ich habe Käfer gebrummen. Hallo, Schäfrum. Auf Wiedersehen, Schäfrum. Da greift er zuerst an und dann setzt er Protzer ein. Naja, steuern den Angriff und deine Verteidigung. Wie du magst, wie du magst, ist nicht mein Problem. Käfer gebrummen und du bist tot. Pst. Tut mir leid, Schäfrum. Ich mag dich. Ich mag ihr Team. Was für den einzelnen Pokémon her. Sind sie sehr, sehr, sehr gute Pokémon. Ähm. Und Gladimperio wird, glaube ich, eine absolute, äh... One-Hit, äh... Wird ein One-Hit-Opfer von meinem guten alten McKinkey. Stimmt's, Gladimperio? Das Pokémon zu entwickeln ist übrigens verdammt cool. Möchte ich kurz mal hervorheben. Man muss nämlich, äh... Äh, eine Gruppe... Oder drei verschiedene Gruppen von Gladiantri besiegen. Die von einem, äh... Zesuchio angeführt werden. Also man muss die Zesuchio besiegen. Äh, die drei Zesuchio, die drei Anführer Zesuchio. Welche wiederum eine jeweilige Gruppe an Gladiantri anführen. Was ich sehr, sehr cool finde. Und das letzte Pokémon, was sich uns in den Weg stellt, ist Zeppleit des Gegners. Ich mag Zeppleit des Gegners nicht, weil es ist nicht mein Zeppleit. Und alles, was nicht mein Zeppleit ist, ist böses Zeppleit. Machen wir diesen Kampf zu einem Spektakel, das eines Finales würdig ist. Joa. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein würdiges Finale ist, aber... Jetzt zumindest mal Level 70. Leuchte hell wie die Zukunft Paldeas, Lumiflora. Okay. Ah, du bist zu Gestein. Das gefällt mir nicht. Steht nicht in meinen Arbeitsvertrag. Guckst du Bodenattacke ein? Warum? Okay, das ist trotzdem kein Problem. Das ist noch ein Psychokinesium, das war's. Starke Trainer gibt es zuhauf, doch nur ein Champ verschieden, die Massen zu begeistern. Terrorausbruch? Das ist erst mal, dass ich jemanden in dieser Taka einsetzen sehe. Oh nein. Oh, ich steh noch. Ich steh noch. Ich steh noch. Und das war Lumiflora. Wunderbar. Das war's zu mir. Paldea hat eine strahlende Zukunft vor sich. Weil jetzt jemand fähiges Champ geworden ist. Naja, das möchte ich nicht sagen. Ich glaube, ich glaube, die Miele hatten noch ein bisschen was drauf. Unglaublich. Das Sieger des großen Akademie-Turniers. Und somit der allerstärkste Pokémon-Drainer in der Akademie ist Champ Kuro. Wow. Du hast es geschafft, Kuro. 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 Dann gibt es jetzt eine fette Party, wo ich ein Sandwich machen muss. Wäre ich dafür, ich will ein Sandwich machen. Ich möchte mich recht herzlich bei allen Teilnehmern sowie den Anwesenden hier für diesen grandiosen Turnier bedanken. Jeder einzelne Kampf am heutigen Tag hat die Bande zwischen Pokémon und Trainer so hell erstrahlen lassen wie die Sterne am Himmelszelt. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. So lautet das Motto der Traumakademie und dieser wundervolle Wettstreit stand ganz in dessen Zeichen. Da meine Ansprachen dazu neigen, sich in die Länge zu ziehen, möchte ich an dieser Stelle zu einem Ende kommen. Ohne weitere Umschweife übergebe ich nun das Wort an unseren Ehrengast, Vorstandsvorsitzende Zagaria. Bitte sehr. Angetrieben vom lautstarken Zuspruch, aller Anwesenden haben sich die Trainerinnen und Trainer heute gegenseitig zu Höchstleistungen angespuren und Erstaunliches erreicht. Tief in mir spüre ich, dass dies der Kern all dessen ist, was nicht nur diese Akademie, sondern ganz paldea beseelt und stimuliert. Champ Kuro hat seit dem Ablegen seiner letzten Prüfung nochmal deutlich an Stärke hinzugewonnen. Anstatt sich auf seinen Lorbeeren auszuholen, arbeitet er unerlässlich an sich. Alle Trainerinnen und Trainer haben heute den Willen bewiesen, noch stärker zu werden. Ich hoffe inständig, dass dieser wie dein Funke auf alle Menschen hier in Paldea überspringen möge. Somit wird diese Region stets aufs Neue die Champs von morgen hervorbringen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Signora Zagaria, haben Sie vielen Dank für diese begehenden Worte. Eigentlich würde es sich als erst perfekter Zeitpunkt anbieten, das zu beenden. Doch, ihm verdanken wir einen regen Austausch zwischen Kollegium und Schülerschaften, der sogar das Potenzial haben könnte, die gesamte Region zu erfassen und zu beleben. In Anbetracht dessen habe ich beschlossen, das große Akademie-Turnier vor seinen regulären Abständen stattfinden zu lassen. Okay. Hm. Willst du dich das nächste Mal auch teilnehmen? Ja, ich freue mich so. Juhu. Ich hoffe doch sehr, dass du das nächste Mal nicht hinter den Kulissen aktiv sein wirst, ne Bilder. Den Spaß werde ich mir doch nicht entgehen lassen, Sie und Direktor, Sie haben ein Wort. Sehr schön. Dann erkläre ich hiermit das erste große Akademie-Turnier offiziell für beendet. Habt alle recht, herzlichen Dank. Ich freue mich bereits darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke. Wuhu. Party. Megamäßig. Somit haben wir das große Akademie-Turnier bestanden. Kuro, du hast es geschafft. Glückwunsch zum Sieg. Das war echt der Hammer. Mensch, es hat mich ganz körig gemacht, dass plötzlich alle angefangen haben, das Turnier ultimative Schulschlacht zu nennen. Ach übrigens, hier ist der Preis. Die Sportkappe der Pokémon-Liga, oh mein Gott. Direktor Claywell meinte, er habe ihn dem ganzen Tumult am Ende der Veranstaltung völlig vergessen, ihn dir zu überreichen. Fürs Erste überlasse ich dir den Thron des allerstärksten Trainers, Kuro. Aber mach es dir nicht darauf zu bequem, denn beim nächsten Mal bin ich mit von der Party. Wenn du wieder am Turnier teilnehmen möchtest, dann melde dich einfach bei dem Turnierhelfer da hinten an. Weißt du was, Kuro? Seit ich hierher nach Valdea gezogen und mein Rivale geworden bist, genieße ich jeden Tag in vollen Zügen. Ich bin echt froh, dass wir uns begegnet sind. Ich bin auch sehr froh darüber. Hä, macht mich ja nicht ganz verlegen. Ich sehe nur ungern rot aus wie eine Talmart-Bäre. Ich kann jedenfalls kaum erwarten, noch viel öfter gegen dich zu kämpfen. Viel, viel öfter. Lässt sich alles einrichten. Lässt sich alles einrichten. Okay, wo hast du jetzt? Wie geht's, wie steht's, Kuro? Hier ist Jim. Herzlichen Glückwunsch zu den ersten Triumph in der großen Akademie-Turnier. Erstklassige Leistung. Als Klassenlehrer des stärksten Trainers in der Akademie kann ich kaum stolzer sein. Ähm, Senior Jim. Ach ja, natürlich, Senior Direktor. Ich komme sofort zum Punkt. Ich würde dir mitteilen, dass gerade in der ganzen Region extrem fordernde Terrawaits aufgetauchen. Ständig erreichen uns Berichte von Schülern, deren Pokémon verletzt worden. Das Lehrpersonal hat sich aufgeteilt, um der Sache auf den Grund zu gehen, aber wir sind leider etwas unterbesetzt. Jedenfalls haben wir uns gefragt, ob uns der preisgekrönte Turnierass nicht unter die Arme greifen könnte? Natürlich. Komm, machen wir auch noch. Dann gehört die Folge heute eine gute Länge haben. Supi, das freut mich. Besten Dank auch. Deine Pokédex-App wird allen vielen relevanten Daten automatisch aufzeichnen, sodass wir sie später auswerten können. Damit rechne ich, dass du dir einige dieser knallharten Terrawaitszeit nach vornehmst. Aber selbst du als Turnierass solltest die Rates nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich will auf keinen Fall erleben, wie sich einer meiner lieben Schüler dabei verletzt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Okay. Das klingt wenigstens mal wie eine Herausforderung, nicht wie dieses Turnier. Also werden wir das auch einfach jeden Fall mal versuchen. Denn, äh... Versuchen schadet nicht. Ich hasse diese Rates zwar wirklich sehr, weil sie wirklich abgrundtief schwer sind. Und ich mag die Rates einfach generell nicht so. Aber, äh... Das ist jetzt erstmal nur nebensächlich. Ähm... Und wie finde ich jetzt diesen Rates? Ähm... Ist das der Raid? Also funkelt? Oh nein, es ist funkeln mehrere. Wunderbar. Ähm... Ähm... Ich... Ich... Ich weiß nicht... Wie ich diesen Raid finde. Also werde ich jetzt einfach, äh... Mal... Alle abfliegen, würde ich sagen. Die so leuchten. Und gucken, ob sich das, äh... Ob sich da irgendwas ergibt. Weil ich habe jetzt eher weniger Lust, diesen Raid zu suchen. Aber ich glaube, er kommt nicht dran vorbei. Ähm... Dann, äh... Gehen wir mal. Ich weiß nicht, ob die sich... Irgendwie... Ich glaube, ich habe mal was von denen gehört. Es müssten nämlich die 6 Sterne Waits sein. Und, äh... Flonk hat mir mal erzählt, dass sie sich kennzeichnen, dass sie, äh... Schwarz leuchten oder sowas. Ähm... Aber das halt nur dazu, wie sie auf der Overworld aussehen. Ich habe keine Ahnung, ob sie auf der Karte irgendwie besonders, äh... Aussehen. Aber es ist wahrscheinlich mal Zeit, das erstmal rauszufinden. Was ist das? Voltilam. Gut, da ist der erste von den leuchtenden... Das wäre natürlich jetzt sehr praktisch, wenn er es schon ist. Nur mal so nebenbei. Aber... Ich glaube nicht, dass er sein wird. Ich glaube, habs... Nein, das ist er absolut nicht. Das ist er so absolut nicht. Ich gehe stark davon aus. Ich werde kurz die Aufnahme pausieren in diesem Waits suchen. Das ist spaßig. Ja, also ich habe jetzt die ganze Map durchsucht. Ich finde es nicht. Entweder ist... Ist wirklich jetzt nur dieser eine gewesen, den ich übersehen habe. Weil ich bin jetzt alle abgeklappert auf der ganzen verdammten Map. Ich... Ich habe... Das war... Das war jetzt echt... Das war jetzt echt... Eine gute Dreiviertelstunde Arbeit. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe aber auch... Wirklich... Wirklich keine Lust mehr. Deswegen werden wir das einfach... Äh... Jetzt hier beenden. Und ich werde sagen... Dass ich mich erstmal bei euch bedanke. Dafür, dass alle... Dafür an alle, die zugesehen haben. Ich habe ja zumindest jetzt Zeitpunkt, wo dieses Video hier aufgenommen wird. Es geschafft, dass konstant wenigstens 20 bis 30 Leute diese Videos gucken. Was eine Sache ist, die, äh... Für meine Augen... Ich weiß, es klingt verdammt lächerlich. Aber ziemlich beeindruckend ist. Weil... Meine Videos vor allem in so einer Länge von, äh... Stunden... Die es ja manchmal schon innehält. Beziehungsweise auch von Projekten, die so eine Länge haben. Kann ich eigentlich nie über 6 Zuschauer erreichen. Deswegen freut es mich, dass sich das eigentlich mehr oder weniger vervierfacht hat. Weil das ist eine wirklich, äh... Mir... Ungewisse Zahl. Da bedanke ich mich auf jeden Fall. Es ist natürlich absolut Peanuts im Vergleich zu was andere Leute machen. Aber im Vergleich zu mir, der seit, äh... Fünf Jahren in seiner Bubble ist, aus die niemals... Äh... Aus der er nicht kommt. Ist das, äh... Sehr beeindruckend. Dafür bedanke ich mich natürlich auch sehr. Ihr seid natürlich herzlichst eingeladen, ähm... Auch an meine anderen Projekte zu gucken. Ich mache auch Pokémon. Darunter auch Pokémon Mond, welches streng genommen sogar schon läuft. Aber nur für Pokémon Purpur pausiert wurde. Aber nachdem Pokémon Purpur, also streng genommen diese Folge beendet ist. Dann auch schon weiter geht. Also vielleicht kann ich euch, die neu dazugekommen sind, im Pokémon Mond etwas, äh... Für Pokémon Mond etwas begeistern. Ich mache es auch nicht alleine. Da sind noch einige andere Leute dabei. Ähm... Oder... Wenn ihr, äh... Generell einfach mehr Bock auf dieses Spiel habt. Wird auch früher oder später der Tag kommen, an dem das Spiel ein DLC kommt, äh... Bekommt. Und dann werdet ihr definitiv auch mit meiner Anwesenheit rechnen können. Denn dann werde ich noch am ersten Tag definitiv das DLC aufnehmen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Für jeden, der zuschauen wird. Und für jeden, der zugeschauen hat. Und, ähm... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, dass wir ein Spiel spielen. Was wir so oft tun. Denn das ist es immer noch, wie es im Intro steht, Let's Plays. Für keinen. Macht's gut und... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.